So, jetzt ist fett Batzen Parasammeln angesagt. Und damit starten wir gleich hier vor der Nase. Zu außen rumfahren, wenn es so geht. Navi, du zeigst mir komplett den falschen Weg. So, starten wir das Teil. Okay. Ziel, Platz 1. Okay. Sollte ein Mofa sein. 3x Nitro. Und schon sind wir erst da. Passt, cooles Rennen. Dann kann ich testen, wie schnell er ist. Kleben tut er schon mal gut. Und hier sind 4 Runden. Wow. Mal was anderes. Das sind nur immer 3 Runden. Das ist einfach viel zu selten in diesem Runden. Let's play, ja. 4 Runden, 2 Runden, immer 3. Später hier mit 260. Und dann schaut er in den 6. Jahren. Den er gleich wieder runterholt. 273. Und in der Kurve verliert er das Tempo. Aber wir überrunden. Das ist nicht mal in der letzten Runde, meine Freunde. Das Rennen macht Fun. Jetzt haben wir schon 4 Leute gewandert. Kommt auch noch der 5. Locker easy. Komm schon, dich schau dich auch noch. Oh moin. So, 14.000 Dollar reicher. In dem Button. Poste es auf Twitter, komm. Ich bin einfach der Einzige, warum. Die sind immer noch nicht fertig. So. Probieren. H Ey es heißt, Shor sei immer noch auf der Flucht. Been Bist du besorgt? Nicht? Der Typ ist total durchgeknallt. looks Wenn er klug ist, bleibt er weg. Ja, wenn er klug ist, bleibt er weg. Aber der will Cash. Der will noch mehr Para machen. Bremsencheck. Time Trial. Okay. Das meinen die mal mit Bremsencheck. Das ist... Das ist ja echt mal nicht so prickelndes Brennen. Dann ist man viel auf der Bremse. Viel Gasbremse. Dafür nehme ich... Ich glaube, dafür nehme ich immer ein Auto, welches abartige Beschleunigung hat. Verdammtes Handling. Und Beschleunigung. Mehr braucht man hier nicht. Ich glaube, ein Elektrofahrzeug ist hier am besten. So. So. Hä? Da war gerade ich noch... noch Minus. Von dir besiegt der Nefis Ghost draußen. So. Gut gemeistert, würde ich mal sagen. Jetzt noch ein Graffiti. Mitnehmen. So. Hier in der Nähe haben wir jetzt alle gemacht. Hä? Äh. Ah, das sind mehrere. Okay. Das nächste dann ist... Drift Trial. Da ist ein Offroad. Ja. So haben wir es gemacht. Die mit Ausrufezeichen. Das sind jetzt zweimal. Gehen wir zu dem. Wie viel Fahrer haben wir? Wie viel Fahrer haben wir? 59.000. Ich denke mal so um die 150.000 brauchen wir locker. Um uns das Auto... ähm... passend zu tun. So. Okay. Da ist wieder eine Polizei. Herr Kommissar, ich fahr viel zu schnell. Aber ich denke mal, das ist ihnen egal, ne? Ja. Start. Let's... Go! Bisschen Rasenmäher wieder spielen, ne? Bier ist auch wieder am Start. Sieben Sekunden lang. Ist für mich viel zu viel. Ah, hab ich schon. Okay. Bier jetzt noch reinholen. Er ist 100 Meter vorne. Mal schauen, wie lang noch. Ich kann wieder aus... Aus... Ausbau noch. So, jetzt hab ich schon gedacht. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Der Plan muss aufgehen. Nein! Eine Sekunde zu lang im Windschatten geblieben. Schade. Na dann, das Ganze noch einmal. Noch einmal. So, komm jetzt. Es ist Ebo, der erste. Und wir, der zweite. Abi fährt gar nicht mit. Lul. Dem ist es glaube ich zu doof geworden. Vielleicht auch, dass ich so... Ne, ein zweites Mal, da kann ich nicht so knapp gehen. Aber Ebo, da überholen wir halt. Ohne Probleme. Fast in den Pfosten, nein. Aber nur fast. Fast in den Pfosten. Let's fucking goooo. Ja, jetzt ist es fast zu einfach. Fall war noch ein bisschen Spannung drin. Aber nichts desto trotz, ähm, wir müssen Cash sammeln. Also. Nichtsdestotrotz, äh, das Reden bleibt hier spannend. Es bleibt spannend bis zum letzten... Bis zur letzten... Letzten Meter. Und darüber hinaus. So. Wie viel Cash sind wir reicher? 13.000 in die Taschen rein. Der Eidertyp, der 310 aus Wertung hat, wie schafft es denn so abzukacken? und da haben wir noch nicht gemacht. Nein, nicht! Ich habe noch nicht gemacht. Ich hab aber noch nicht gemacht. Ich hätte aber wechseln müssen. Ich habe noch nicht stunden. 1 kriege ich mir nur 9000. Oh man. Mann! Man, man, ich kann nicht abrechnen. Oh man, man. Ich muss ganz rausfahren, dann wieder zurückfahren. Dann hier wechseln und Start drücken. Hier ist so noch eine Herausforderung, also wenn man ein Trophäe bekommt, nicht bis zur letzten Runde Letzter werden und in der letzten Runde alle aufholen. Ich denke mal, das probiere ich jetzt. Aber ich bin nicht mein Letzter. So, dann fahren wir absichtlich jetzt mal hinter dem Letzten hinterher. Bloß nicht überholen. Die fahren 90! Echt jetzt? 90? Ernsthaft? Bruder, ist das dein Ernst? Komm, ich schieb dich ein bisschen. Ihr müsst euch vorstellen, am Anfang mit dem BMW, dieses Rennen, das wäre kritisch geworden. Komm schon, ich schiebe dich. Nein! Ich darf das nicht. Ihr fährt 90! Das ist ja mal wirklich Entertainment vom Feinsten. so langsam. Komm, ich schiebe dich jetzt bis in Sule. Ich darf nicht schnell aus 80 um die Kurve kommen. Komm jetzt. Letzte Runde. Und Vollgas jetzt. Stempel durchdrücken. Noch 270 Meter aufholen. Das wird jetzt richtig knapp noch. Nein! 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 Oh nein! Oh nein! Scheiße, nicht geschafft. Naja, dann beim nächsten Mal halt.